Guten Abend, guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander, also, Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf sich zu Ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das ist mein Chef, ich bin an einem Tisch. Das ist unumgänglich, Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef, darf ich. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe hier ein Date. Ja, Sister. Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture's tales along with the adults from their village storage teller and the town or tribe's plays, dances and festivals. If they contained violence, frightening images or sexual references, no one noticed. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Edztest machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Oh mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Untertitelung des ZDF, 2020